Yo, yo ihr verrückten Bieste! Rewinzeit und Unger haben jeweils ein Video zum neuen Film Die Mumie von Universal gemacht. In dem Video haben sie Castle Rush gespielt, aber sie brauchten eine extra Map. Die Map kam von uns, ihr könnt sie auch downloaden, unter dem Video findet ihr den Link. Aber bevor ihr sie euch downloadet, schaut sie euch erstmal an. Musik Jo, das war's auch schon wieder. Schaut unbedingt mal bei Franjo vorbei, weil der hat hier echt richtig gute Arbeit geleistet bei der Map. Wenn ihr selber auf der Map zocken wollt, dann einfach mal in die Infobox schauen, da ist der Link zum kostenlosen Download. Sehr viel mehr bleibt nicht zu sagen, links oben könnt ihr uns abonnieren, links unten ist unser Minecraft Maps Shop und rechts ist irgendein anderes Video verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin bleibt cool, haut rein und cheerio.